Zwei Wochen, nachdem du Boobs Illustrated gerettet hast. Yo, Frank! Ich hab grad ne E-Mail von unserer Elternfirma gekriegt. Guck mal, vielleicht kennst du das Erotik-Magazin Boobs United. Die sind in Metro City, Digger! Die haben dasselbe Problem, was wir auch haben. Bilder! Zu wenige Bilder! Frank, ich bettel dich an. Du bist der Einzige, der dieses Problem lösen kann. Und somit akzeptiert ich meinen Job und bin über Mausland Airlines in die Metro City gefahren. Nach einem sehr angenehmen Flug habe ich endlich meinen Zielort kennengelernt. Und damit herzlich willkommen zu Franks Adventure 2. Und ihr fragt euch jetzt sicher, Andi, what the fuck? Ähm, ich habe mit diesem Projekt eine ganz, ganz kleine Herzensangelegenheit. Und zwar ist dieses Spiel der Grund, warum ich damals meinen ersten und einzigen Strike bekommen habe. Und ich kann das nicht auf mir sitzen lassen. Deswegen spielen wir Franks Adventure 2 einfach mal als Bullshit-Game nochmal durch. Das Ganze dürfte, glaube ich, auch nicht länger als 10 oder 15 Minuten dauern. Aber ich habe da einfach Bock drauf, das Ganze nach all den Jahren nochmal wieder mir zu gönnen. Und der Grund, warum es damals gestrikt wurde, ist, weil ich damals nicht wusste, wie man Sachen zensiert. Und genau das werden wir diesmal ändern. Und es tut mir leider leid, ich kann euch leider keinen Link reinwerfen. Ich kann leider euch die Zensur nicht ersparen. Aber, äh, ich denke, ihr wisst, dass es Franks Adventure 2 heißt. Und wenn ihr nach diesem Spiel-Durchlauf immer noch nicht genug habt, glaube ich, dass eure FBI-Skills da deutlich ausreichen würden, das mal selber zu suchen. Ähm, wir haben lustigerweise im Zweier, keine Angst, der Einser kommt auch, aber ich habe einfach gerade Bock auf den Zweier wegen der geilen Mucke. Äh, wir haben auch die Möglichkeit, ein anderer Jacks zu gönnen. Aber, wie ihr schon hört, finde ich den Track einfach am maximal chilligsten. So, was müssen wir machen? Wir müssen uns sechs Bilder besorgen, auf die schwierigsten Arten und Weisen. Wir haben eine Straße, äh, eine Straße von der Stadt dabei, genau. Eine Stadtkarte dabei, unsere normalen, nicht lizenzierten Treter. Und ein Telefon, aber ohne Batterie. Irgendwie funktioniert dein Handy nicht. Kein Wunder, das ist doch aus dem 18. Jahrhundert, Mann. So, was machen wir also als allererstes? Ich lasse euch jetzt einfach mal die Möglichkeit, äh, dass ihr selber mal überlegen könnt, was wir jetzt als allererstes machen, während ich mich hier durch die Straßen ohne Ampeln, ohne alles bewege hier. Und links haben wir eine Energieleiste. Wenn wir zu viele Treffer kassieren und uns nicht bei MacMouseland einen geilen MacHammer gönnen, äh, dann war es das mit uns. Und, äh, wir machen jetzt unseren ersten Zug. Und falls eure Idee war, dass wir Crack von Wario kaufen, dann liegt ihr damit goldrichtig. Denn das Erste, was wir machen, ist uns von dem kleinen Gauner hier mal zwei Gramm Koks gönnen. Wunder, dass er mit der Nase nicht alles selber weggeschniefst hat, du Gauner, ey. Und als zweites krallen wir uns direkt mal hier den Feuerlöscher, weil, ne, macht einfach auch Sinn, so von einem Storypoint aus. Und nachdem wir die beiden Sachen haben und im Prinzip unsere Taschen jetzt vollkommen leer sind, bis auf das Koks, was wir haben, werden wir das doch mal direkt verwandeln in unser erstes Bild. Hey, psst, hast du ein bisschen Koks für mich? Bitte gib mir was. Ich bezahle dich auch mit einem, äh, geilen Pussy-und-Hitten-Bild. Und da kann Frank einfach nicht Nein sagen, weißt du? Von daher direkt mal ein Gramm Koks in die Nase. Und wir haben unser erstes Bild. Nun werde ich die Bilder so selten zeigen, wie es geht. Einfach aus dem Grund, weil, äh, ich das Ganze mit der Zensur umgehen muss. Weil je mehr ich das zwischendurch mal Hilfe zeige, desto, äh, desto mehr muss ich im Endeffekt rausschneiden. So, wir haben unser erstes Koks weggebracht. Und bevor ich das zweite wegpacke, weiß ich, dass hier irgendwo, irgendwo, wow, hier ist einfach mal maximal viel zu viel los. Da, Donkey Kong, du, zu dir kommen wir nachher. Aber ich muss erst mal hier ganz gemütlich durch die Sub-City gehen. Und wer parkt denn hier auf dem Bürgersteig? Arschloch. So, denn wir, meine Freunde, Hilfe, überall, Sonic, was ist los bei dir? Wir müssen erst mal einen Brand löschen. Und damit meine ich nicht, dass wir uns in eine Bar begeben, sondern wir gehen hier rein. Und dieses ausgeklügelte Sicherheitssystem lässt uns nicht durch. Was machen wir also? Frank, der Mega-Hacker, hat's einfach drauf. Und zack, schon haben wir das gelöst. Wisst ihr, Mr. Robot wäre einfach neidisch auf uns. Und ich würde sagen, girl, hier hast du aber mal ein paar Sicherheitsregeln außer Acht gelassen. Von daher nehmen wir doch direkt mal den Feuerlöscher und klauen uns den Mario-Sound. Und du bist mein Held. Ich dachte, ich müsste sterben. Du hast das Feuer gelöscht, was die Feuerwehrmänner draußen mit drei Wagen nicht geschafft haben. Hier, ich gebe dir ein sehr privates Bild, wo ich nackt drauf bin. Das ist ein Geschenk. Meine Güte. Ich schwöre, wenn das reale Leben so wäre, dann würde jeder von... Oh, danke. Du hast mir den 5-Euro-Schein aufgehoben, der mir gerade aus Nasche gefallen ist. Hier hast du mein Porno. Das wäre eine sehr interessante Umgehensweise, ganz ehrlich. So, wir haben das Ganze gerettet. Mann, du bist wirklich ein Held. Ich wünschte, es wäre im realen Leben auch so einfach wie in Franks Adventure 2, Freunde. So, wir haben jetzt zwei Bilder. Ich glaube, bevor wir eine Runde verkaufen gehen, holen wir uns noch das dritte Bild. Das war ja auch irgendwo... Boah, in der Nähe. Hilfe, ey. Genau, Freunde. Bevor ich jetzt euch mal meinen guten Freund hier vorstelle, möchte ich sagen, wisst ihr, es gibt schlechte Freunde, also feste Freunde als Partner. Es gibt gute Partner. Und es gibt diesen jungen Mann hier, dem seine Freundin einfach absolut wichtig ist. Hey, Mann, ich brauche Koks. Aber ich habe keine Idee, wo ich welchen herkriege. Wenn du mir was geben kannst, dann bezahle ich dich mit einem heißen Bild meiner Freundin. Und wisst ihr, ich dachte ja, dass wahre Gentlemans ausgestorben sind. Aber dieser junge Herr hier zeigt, dass er in seinem weißen Kleid immer noch weiß, wie man seine Frau richtig behandelt. Du bist der Beste. Ich hoffe, meine Freundin bemerkt das niemals, dass ich dir ein Nacktfoto gegeben habe. Ich bette dich an, verrate es keinem. Keine Angst, ich verrate es keinem. Ich verkaufe das jetzt an einem Multimillionen-Dollar-Konzern und die ganze Schose wird dann einfach abgedruckt. Aber nein, ich verrate es keinem. Nun ja, wie du schon weißt, haben wir ein kleines Problem mit der nächsten Ausgabe unseres Magazins. Ich habe gehört, du bist sehr gut im Problemlösen. Also wäre Boobstunited sehr angetan, wenn du uns ein paar Nacktbilder besorgen könntest. Oder ein paar geile Bilder einfach so. Ich musste euch die jetzt einfach zensieren. Das geht leider nicht anders. Wow, das sieht richtig nice aus. Thank you very much. Hier sind 200 Coins, die wir für jedes Bild kriegen. Und Freunde, glaubt mir, wir brauchen die Kohle auch. Was ich ganz geil finde bei dem Game ist, wenn ich jetzt einfach nur einen Schritt raus mache. Bup, stehe ich wieder drin. Bup, stehe ich wieder drin. Ist einfach maximal gut programmiert. Da weiß man... Oh, Hilfe! Sonic, er wird uns zu zerbomben, Alter. Da weiß man einfach, wo die Kohle hingegangen ist. Und zwar in Equality Assurance, meine Damen und Herren. Und was, glaubt ihr, machen wir jetzt als nächstes? Mal wieder so eine Frage. Nein, wir stecken keine Dose Energy Drink in einen Hintern von einem Schwein, um 2 Gramm Heroin zu bekommen. Aber gute Idee. Nah dran. Wenn ich Mac Mausland finde hier, dann gehen wir einfach einen Schritt nach oben. Und da ist das Labor, wo wir bald richtig ausflippen. Und zwar, wir gehen uns eine Gartenschere kaufen. Muss nicht immer alles dreckig sein, Freunde. Was ist los bei euch? Hey, willkommen bei unserem Garten-Accessoire-Shop. Wollt ihr, willst du ein paar Trimmscheren kaufen? Die kosten nicht nur 100 Coins. Ja, sichi. Her damit. So, wir haben unsere wunderschönen, sexy Scheren geholt. Aber das ist noch nicht alles. Denn bevor ich jetzt damit mir die Rose für die Dame meines Herzens besorge, werden wir noch ein bisschen was für unsere Gesundheit tun. Ne, hier war es nicht so eine tiefer, glaube ich. Boah, bist du ja noch keine Energie verloren hast. Das ist der Wahnsinn, ey. Ich habe einmal einen Proberun gemacht, bevor ich das ja aufgenommen habe. Und ich bin fast verreckt. Ich bin sehr stolz, aber ich bist ja noch keine Energie verloren hast. So, hi Mister, ich bin eine arme Mädchen, was Bananen verkauft. Ganz ehrlich, bei jedem anderen Spiel würde ich sie glauben. Aber das ist Franks Adventure. Aber gut, wir kaufen einfach mal eine Banane. Vielen Dank. Kein Problem, Süße. Howly fucking... Oh, Sonic! Ich muss doch mal so ausflippen. Der verkauft uns übrigens schnelle Rennträter. Aber ich sehe nicht dafür ein, 200 Mücken dafür auszugeben. Sehe ich gar nicht erst ein. So. Und die Rose hier kann ich nicht einfach so pflücken. Da brauchen wir die Gartenschere für. Gar kein... Boah, Hilfe! Das Textfeld ist der schlimmste Gegner gerade. So. Wie wir sehen, flippt Donkey Kong da oben so ein bisschen aus. Und ich habe genau die Sache, die er mag. Und zwar eine Banane. Oh Mann! Ich fucking liebe Bananen! Danke, Mann! Der Kampf ist jetzt vorbei. Hier, hast du ein Nacktbild, was ich gestohlen habe? Obviously. Nimm es für die Banane! Ey, ich habe da einen ganzen Bananen-Staude, Junge. Gib mal direkt mein ganzes Album hier. So, damit haben wir das Bild. Und wir haben die Rose. Problem ist, dass das Bild Nummer 6 relativ teuer ist. Deswegen gehe ich jetzt mal Bild 4 verkaufen. Und, äh... Ja, ich zeig's euch. Ich war mal überlegen, es euch nicht zu zeigen. Aber ich zeig's euch. So, hier erstmal das Bild verkaufen. Das zeige ich euch natürlich nicht, Freunde. Geht nicht. Ich kann mir nicht noch einen Streik erlauben. Nein. Wir holen uns gleich eine Batterie für unser Handy, weil wir müssen einen sehr wichtigen Anruf machen. Die Telefonnummer weiß ich, lustigerweise. Ich hab's ja vorhin schon mal durchgespielt. So. Aber ich, äh... Ich würde es euch ja zeigen, weil hier kriegen wir die Wahl, dass wir, äh, Eis kaufen müssen für eine bestimmte Dame, die da oben ist. Die verrät uns die Nummer. Und ich könnte das Ganze jetzt machen, aber... Nö. Weil ich möchte hier einen Speedrun-Rekord aufstellen, den ich vermutlich sowieso... Hi, Wario! Sowieso nicht einhalten kann. Jetzt lass mich nicht lügen. Wo war denn dieser komische Dude? Da ist er. Mit seinem Handypack. Hey, ich bin's. Weezy von Mausland.de. Willst du einen Batteriepack für 300 Coins holen? Ja, klar. Herr damit. Gib ruhig mal. Dankeschön. So. Erinnert ihr euch noch daran, wie ich vorhin gesagt habe, dass wir wirklich ehrenhafte Männer sein müssen? Dass wir einfach wissen, okay, hey, sie ist eine Lady. Sie fragt mich, ob ich ein Gentleman bin. Und natürlich bin ich ein Gentleman, Freunde. Ich hab extra eine Rose für sie gepflückt. Und wenn das nicht der Start für jedwede Romeo und Julia Liebesgeschichte ist, die ich je gehört habe, Freunde, dann weiß ich auch nicht. Von daher, Rose Use Item. Was für eine schöne Rose. Du bist ein wahrer Gentleman. Hier ist ein Nacktbild. Ich möchte es dir als Geschenk geben. Alter Rosenverkäufer, wir sind die größten Gigolos der Welt. Ich sag's euch, Freunde. So, Freunde. Wir haben fünf Bilder. Wir brauchen noch ein sechstes. Und jetzt kommt das Handy ins Spiel. Und zack. Wie gesagt, ich könnte mir jetzt die Nummer holen. Aber ich glaube, wenn das Projekt eine halbe Stunde läuft und euch die Musik so in den Ohren bröhnt, dann habt ihr da auch keinen Bock drauf. Deswegen. Acht, drei. Lass mich nicht lügen. Ich glaub, fünf, sechs, drei, zwei oder so, ne? Ja, genau. Wir sind mit Pico von Newgrounds verbunden. Ah, Frank, du bist der Typ, der immer die Nacktbilder sucht, ne? Dude, ich hab ein richtig geiles Bild für dich. Lass uns einfach Downtown treffen. Und du bring einfach 300 Mücken mit, okay? Man sieht sich. So, 300 Mücken haben wir gerade noch. Wir hätten theoretisch das Rosenbild verkaufen können, wenn wir uns zum Beispiel die Träte oder so gekauft hätten. Aber so passt das Ganze halt noch, ne? So, und der Typ musste irgendwo hier unten rumlunzen. Da ist er. Ah, ihr, gib mir das Geld. Und dann kriegst du auch das tolle Bild. Beeil dich. Ich muss schnell zu Newgrounds zurück. Danke dir. So, wir haben alle sechs Bilder zusammen. Jetzt muss ich nur noch den Weg zurückfinden zu Boobs United. Boobs United hieß es, ne? Das war auf jeden Fall nicht der Weg dahin. Hier geht's rein. Und, äh, wir geben unserem alten coolen Typ, ich muss das echt hart zensieren, wenn ich das so sehe, Alter. Geben ihm die Bilder und haben es damit geschafft. Im Hintergrund hört ihr übrigens gerade Shinchan. Just saying. Die sagen, okay, Shinosuke. Ja, das ist die, ja, das ist ja, ich glaube der englische oder japanische Name von Shinchan. Fragt mich nicht, wie das zusammenpasst. Und ich muss die Soundmische vermutlich brutal runterschrauben, weil es mir gerade richtig die Ohren wegfetzt. Aber, das war Franks Adventure 2 und wir haben Boobs United gereizt. Wir sind der Held einfach, außer der Typ, dessen Freundin bald ihr Bild in dem Noob-Magazin entdeckt. Aber, das war Franks Adventure 2. Ich hatte da einfach mal wahnsinnig Bock drauf und ihr könnt mich natürlich sehr gerne wissen lassen, ob ihr auch Bock auf die anderen Franks Adventure habt. Die gehen ja alle relativ zügig. Ich hatte da nur gerade echt Lust drauf und ich habe damals schon, ich weiß nicht, ich habe wie gesagt damals die ersten Franks Adventures gemacht. Die waren relativ witzig. Die wurden da runtergenommen. Sexy Vacation habe ich lustigerweise zensiert und das ist immer noch oben. Und ich finde diese Games einfach unglaublich witzig, weil es einfach so riesen Bullshit ist, ey. Aber hat Spaß gemacht, ich hoffe euch auch. Und vielleicht sehen wir uns bei Franks Adventure 1, 3, 4, ja, so viele haben die gemacht, Freunde. Von daher, out da rein und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.